Devil and Da Vinci, what's the next move? Let's find out in the chart, shall we? Nice, Mother! Hallo und willkommen bei Devil, deinem Life Coach hier auf YouTube. Kleine Bitcoin-Eilmeldung. Grayscale, der Vermögensverwalter, der schon seit Jahren ein Grayscale Bitcoin Trust aufgelegt hat, hat die SEC verklagt und das war vor über einem Jahr, glaube ich, weil sie wollten hier diesen Bitcoin Trust umwandeln in einen Spot Bitcoin ETF und die SEC, also die Finanzaufsichtsbehörde der USA, hat das immer wieder abgelehnt. Deswegen haben sie geklagt und sie haben jetzt vom Gericht Recht bekommen und Bitcoin explodiert gerade. Das Video heute soll aber gar nicht darum gehen, das nur als Einleitung, warum gerade der Preis explodiert. Das Video sollte eigentlich darum gehen, wo sind wir denn gerade bei der Preisentwicklung von Bitcoin im Vierjahreszyklus. Das heißt, wo sind wir gerade zeittechnisch vom Preis? Wie werden sich die Preise entwickeln? Und ich habe ja schon vor einigen Tagen ein Video gemacht und gesagt, Leute, schaut her, der ASI ist extrem überverkauft, kauft Bitcoin und dass jetzt diese Nachricht gekommen ist und Bitcoin ausgebrochen ist, macht hier keinen Unterschied. Es hätte genauso gut eine andere kleine Nachricht sein können. Wir sehen extrem geringes Tradingvolumen derzeit und ein kleiner Auslöser, eine kleine positive Nachricht kann hier einen Sturm auslösen. Das heißt, die Nachricht ist an sich komplett unwichtig. Es war nur eine Frage der Zeit. Deswegen habe ich euch gesagt, bei 21.000 bzw. ich habe euch gesagt, bei 26.100, kleiner Versprecher, kauft Bitcoin. So, also wir sehen, der Preis explodiert. Natürlich wird hier auch wieder dann wahrscheinlich eine kleine Korrektur kommen. Wir werden sehen, mit wie viel Emotion jetzt der Markt getrieben wird. Aber darum soll es in dem Video gar nicht gehen. Das nur als Einleitung, damit ihr versteht, was geht hier gerade überhaupt ab. Und gut, ich habe jetzt in der kurzen Zeitperiode einfach mal recht behalten. Wie sich das langzeitig entwickelt, werden wir sehen. Ich möchte aber genau hier dann fortsetzen. Schauen wir uns doch mal den Bitcoin-Stoch-ASI an. Das ist hier ein Chart von TA Trader, Alan von Twitter. Besucht ihn mal, lasst ein Like da. Und der hat das wirklich sehr gut zusammengefasst. Und wir sehen, alle vier Jahre haben wir hier den parabolischen One. Dann geht es wieder zum nächsten Bullenmarkt, beziehungsweise wir leiten dann den neuen Bullenmarkt ein. Und die Party geht dann richtig ab zum neuen All-Time-High. Das wird wahrscheinlich am 26. April 2024 sein. Richtig, richtig ab. So, schauen wir uns doch mal diesen Chart genauer an. Und dann sehen wir, dass hier der Stoch-ASI sich eben genau hier überkreuzt. Und es höchstwahrscheinlich ist, dass jetzt der parabolische One losgeht. Das kann sich auch noch um ein paar Wochen verschieben. Keine Frage, ja. Aber wir haben hier schon mal einen guten Anhaltspunkt. Und das habe ich ja eben auch gesagt. Wir sind einfach zeitlich genau im richtigen Zeitfenster, um jetzt nachzukaufen oder neue Long-Positionen zu setzen. Aber Trading, immer bitte vorsichtig sein. Um genau zu sein, ich rate vom Traden ab. Wenn ihr davon nichts versteht, Ich werde dazu auf jeden Fall noch ein paar Tutorial machen. Aber grundsätzlich rate ich vom Trading ab. Wenn ihr unbedingt tradet, macht es auf eigene Verantwortung. Nicht höher als ein Hebel von 5x. Alles darüber ist kranke Zockerei, die nichts mit gesunden Menschenverstand zu tun hat. Und damit möchte ich nichts zu tun haben. Also immer verantwortungsvoll handeln, nicht zocken. Am besten einfach Bitcoin kaufen, halten und entspannt zurücklehnen, während die Kurse immer wieder explodieren und fallen. Also einfach dieses Emotionale, auf und ab gar nicht mitmachen. Schauen wir uns mal die nächste Grafik an. Und zwar sehen wir hier die Realized Profits to Value, RPV Ratio und dann mit dem 7-Tages-Durchschnitts-Bewegungs-Value. So, hier sehen wir, dass eben auch hier wieder die Profite extrem niedrig sind, die realisierten Profite. Und immer wenn wir dann in diesen grünen Bereich kommen, ist es einfach eine unglaublich gute Möglichkeit, um nachzukaufen. Und das sehen wir ja eben auch hier. Wir haben hier Cycle Bottom, also die Bodenbildung 2015, 2018, 2022. Das heißt, die Bodenbildung ist höchstwahrscheinlich schon drin. Wir haben vor allen Dingen hier ein Double Bottom, also das heißt, eine doppelte Bodenbildung. Und schadtechnisch ist das immer ein sehr starker Garant dafür, dass das der niedrigste Wert in diesem Bärenmarkt, also in diesem Fall in dem Markt ist und dass danach eben eine langsame Erholung kommt. Die braucht aber eben immer so ihre Zeit nach der Bodenbildung, die wir wie gesagt hinter uns haben. Und dann geht es eben noch lange seitwärts. Und das hatten wir jetzt eben auch, diese Phase. Und dann kommen wir immer noch mal in so eine Korrektur. Das sehen wir eben 2015. Wir sind nach oben geschossen. Ja, das ist ein besonderer Fall. Da hatten wir dann relativ schnell diese Korrektur. Dann 2018. Da hatten wir dann 2019 diese Korrektur nochmal in den grünen Bereich. Und jetzt 2023. Und ich muss sagen, dieser Bärenmarkt war wirklich extrem zäh, extrem lang anhaltend. Und wir haben hier wirklich eine solide Bodenbildung, die wir so in Bitcoin noch nie gesehen haben. Und jetzt haben wir eben genau diese Korrekturbewegung gehabt, wieder in den grünen Bereich. Und deswegen habe ich euch gesagt, Leute, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu kaufen. Ob es dann noch mal ein bisschen fällt um 5% oder 10%, das ist dann völlig egal. Weil das ist einfach der Moment, da muss man stückweise nachkaufen. Immer mehr, immer mehr. Und akkumulieren, als ob es kein Morgen mehr gibt. Und dann bewegt der Markt sich ja irgendwann wieder in die Gegenrichtung. Und dann hat man so ein Schnapperler gemacht. Und dann wird euch jeder sagen, oh, du hattest Glück, du hattest Glück. Oh Mensch, du hattest ja Glück. Und das hat mit Glück nichts zu tun. Wenn alle ängstlich sind, wenn alle Angst vor dem Markt haben, wenn es, wie gesagt, kein Tradingvolumen gibt, wenn alle aus Angst vor dem Markt fernbleiben, dann musst du reingehen. Das ist ganz logisch. Ja, also immer antizyklisch handeln. Jetzt schauen wir uns mal diese Grafik hier an. Das ist eine ganz berühmte alte Grafik und die gibt es in Englisch und die habe ich vor vier, fünf Jahren vor langer, langer Zeit für meine Finanzgruppe übersetzt ins Deutsche, weil wir viele Leute haben, die das Englische nicht so mächtig sind. Und dann habe ich das einfach alles mal übersetzt und ganz billig mit Gimp eben dann verwirklicht. Und dementsprechend seht es mir bitte nach, dass es ein bisschen billig aussieht. Aber wir sehen hier ganz klar, wie eben die Psychologie des Marktes aufgebaut ist. Und es folgt immer den gleichen Mustern. Und dann ist es egal, ob es Stocks sind, also Aktien oder Rohstoffe oder eben Krypto oder Bitcoin. Und es folgt immer den gleichen Mustern. Wir hatten den Bullenmarkt, da waren alle in der Euphorie beziehungsweise dieser Bullenmarkt mit dem Double Top war etwas sehr Besonderes, auch stark manipuliert und die Euphorie habe ich dieses Mal nicht gesehen, wie zum Beispiel 2018, wo es überall euphorisch war, auch im Fernsehen und so weiter. Aber egal, die Euphorie-Phase. Dann kommt die Zuversicht. Ach, das ist nur eine kleine Pause. Gleich kommt die nächste Rally. Und so war es ja diesmal auch wieder. Wir hatten das Double Top und alle meinten, ach, das ist jetzt nur eine Pause. Jetzt kommt das richtige Top. Weil niemand dachte, dass wir in einem Double Top enden. Alle dachten, jetzt kommt noch der große Ausbruch. Dieses Mal gehen wir über 100.000. Definitiv. 200.000, 300.000. Die Leute haben fantasiert, haben geträumt. Ja, da ist eben diese Euphorie mit drin. Dann kam der Ukraine-Krieg. Alles ist zusammengebrochen. Dann kam die Angst. Ja, warum bekomme ich Margin-Calls? Also warum werden dann hier meine Trades auch aufgelöst, nachdem ich keine Margin mehr nachschieße? Das Ding dauert viel länger als gedacht. Dann kommt das Leugnen. Ich habe hier in Bitcoin investiert und das wird alles noch kommen. Und dann kommt die Panik. Mist. Alles verkaufen. Ich muss raus. Ja. Und wie gesagt, man muss antizyklisch handeln. Und dann flippen die Leute aus und dann verkaufen sie. Und dann kommt die Wut. Wer manipuliert hier die Märkte? und dann gibt es Anschuldigungen und jeder ist schuld und dann ist eben der FDX-Crash schuld oder sonst was. Klar, all diese Nachrichten nehmen immer wieder Einfluss auf die Märkte. Aber wenn man sich das aus der schartechnischen Perspektive anguckt, ist es wie gesagt völlig egal, was da für Nachrichten kommen. Die Nachrichten passen dann eben einfach nur zur Stimmung. Wenn so eine Nachricht in einer euphorischen Phase kommt, dann hat sie kaum Auswirkungen beziehungsweise kurze Auswirkungen. Aber wenn natürlich so eine große Exchange wie FDX explodiert, während wir in der Panikphase sind, ja klar, dann treibt es den Kurs nach unten. Das sind einfach nur Katalysatoren, die zum Chart passen und die zu der Emotion passen, die wir am Markt haben. Also Emotionen sind wirklich sehr, sehr wichtig. Wir können uns das aber zunutze machen, indem wir, wie gesagt, antizyklisch handeln, indem wir diese Emotionen im Markt spüren und uns dann genau gegenteilig davon positionieren. Deswegen sage ich euch die ganze Zeit, kauft Bitcoin. Weil wir eben jetzt gerade in dieser Depressionsphase sind beziehungsweise jetzt ist die große Frage, sind wir in der Depressionsphase oder sind wir in der Skepsisphase? Und ich sage, wir sind jetzt in der Skepsisphase, weil wir hatten ja die Depressionen ewig lange. Das war wirklich ein langer und schlimmer Bullenmarkt. Bärenmarkt, Entschuldigung. Und dann hatten wir die Korrektur nach oben, den Ausbruch. Und dann kommt natürlich die Skepsis. Naja, diese Rallye, die wird scheitern wie die davor. Das ist jetzt nicht echt. Und das werdet ihr jetzt die Tage auch wieder ganz oft hören. Das ist wieder nicht echt. Und danach kommt die Hoffnung. Eine Erholung ist möglich. Danach kommt wieder der Optimismus. Und dann kommt wieder der Optimismus. Diese Rallye ist echt. Dann kommt das Vertrauen, der Hype. Und die meisten Leute kommen dann eben in der Hype- und Euphoriephase und ballern ihr Geld rein, wenn es längst nicht mehr profitabel ist beziehungsweise wenig profitabel, wenn man nicht den perfekten Absprung schafft. Und wir positionieren uns jetzt in der Skepsisphase beziehungsweise zwischen der Skepsisphase und der Depressionsphase. Ja, dieses Wissen wollte ich einfach mal mit euch teilen. Die Nachricht zu Grayscale kam einfach nur noch mit dazu. Jetzt müsst ihr natürlich euch eure Gedanken machen. Ja, das ist hier keine Anlageberatung. Ich bin kein Anlageberater. Und dementsprechend informiert euch bitte selbst. Macht eure eigenen Recherchen. Wenn ihr unbedingt traden müsst, tradet mit Verantwortung. Nicht mehr als 5x. Ich rate euch aber davon ab. Ja, die meisten Trader machen nur Verluste. Es dauert jahrelang, bis man das Trading gut beherrscht. Bitcoin kaufen, halten, verwahren. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Und ich könnte euch jetzt hier irgendwelche Links noch verkaufen und mit euch Geld verdienen. Aber ich werde in meinem Trading Video nochmal ein paar Trading Links reinpacken, mit dem ihr Empfehlungen kriegt. Aber das werde ich mir hier schenken, weil ich nicht möchte, dass ihr unaufgeklärt tradet und Geld verliert. Und auch im Trading Video werde ich euch nochmal genau über die Risiken aufklären und euch im halben Video über Trading eigentlich davon abraten. Denn 80, 90 Prozent der Trader verlieren nur ihr Geld. Und dass man als Neuling unter die 10 Prozent gehört, unter die 20 Prozent, ist sehr unwahrscheinlich. Und ich möchte nicht, dass ihr euer Geld verliert. Ich möchte, dass ihr es vermehrt. Und dementsprechend unterstützt die Revolution, die gute Revolution, kauft Bitcoin, haltet es und spielt damit rum, lernt dieses neue Medium zu bedienen. Das ist wirklich eine gute Sache und da ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ihr da etwas verlieren werdet. Am Ende bleibt ein Bitcoin ein Bitcoin. Gut, das soll es dann heute auch gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Schreibt mir unter die Videokommentare, was ihr von diesen Videos haltet. Gebt einen Daumen nach oben und diesen ganzen Bullshit und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr. In dem Sinne, Love, Peace and Rock'n'Roll. Bis dann. Ciao.